Erstmal möchte ich Ihnen in Bulgarien herzlich willkommen, dass Sie auch sehen, dass das Ende der Geografie, wie wir hier so uns äußern. Es gibt auch eine denkende Gemeinschaft. Wir können auch von Ihrem Arbeit sehr viel profitieren. Wir können auch von Ihrem Arbeit sehr viel profitieren. Denn heute gibt es immer selten solche Alternativen, und Alternativen von diesem gemeinsam angenommenen und Alternativen von diesen öffentlichen Ansichten, die von den massen Medien von uns so exkludiert sind. Und die sich von uns aus den Medien zu verraten. Vielleicht stellen Sie eine Frage. Ich kann mich über die Frage stellen. Okay. Ich bin hier und habe eine Generalstellung für Ihre Arbeit. Ihre Bücher schlussendlich sind die größte und mehr massivität, nur um die Sprache zu erwarten. Und in den Kontext der Kontext in Europa, die immer mehr und mehr sind, in den Kontext der letzten Diener Italien eine djsso-konservative Koalition, wobei ich alles gut verstehe, was ich alles gut verstehe. Ja, ich habe mich gefragt, dass Deutschland als Osteo ist. Ich weiß nicht, ob Sie ein Germaner sind, aber die Frage ist auf die Germanische Gesellschaft. Wir sehen uns alle, dass die Germanische Gesellschaft in diesem Bereich eine repräsentierte, oder eher eine neslöschtigkeit mit den Regierungs-Liberalen-Liberalen. Es gibt noch nicht populärte Entscheidungen, die das Leberal-Upray-Upray-Upray-Upray-Upray-Upray-Upray, Die deutschen Bevölkerung wird der frühe-Liefer zu erörtern. die die frühe-Liefer-Liefer-Liefer-Liefer-Liefer-Liefer-Liefer-Liefer, und wie in diesem Fall, dass Deutschland nicht möglich ist, wie in anderen historischen Situationen, um sich schnell zu erzeugen, um das nicht kompetent, aber nicht zu erzeugen, Das ist keine einfache Frage, auf die ich auch insoweit fragiere. Schwer antworten kann, als ich etwas zweigeteilt bin. Deutsch ist zwar meine Muttersprache, das ist meine wichtigste Muttersprache. Ich bin immer auch in Belgien aufgewachsen. Ich sehe Deutschland daher teilweise als außenstehender, teilweise als jeweilige kulturell emanzipiert. Aber ich denke, dass ich Deutschland kenne, und dann kommen die Momente, wo ich sage, dass ich das nicht funktioniert. Ich denke, dass es in Deutschland funktioniert. Und wenn sie die Revoluzionäre wollen, dass sie eine Stanz mit Garen ... Ja, Garen. Ja, Garen. Wenn sie die Revoluzionäre wollen, dass sie die Garen erst einmal schicken. Das ist eigentlich, dass sie in der Gelegenheit sind. Sie denken, dass sie in der Psychologie brauchen. Aber ich denke, dass sie die Revoluzionäre wollen, weil sie das so viel zu machen. Also revolutionen, umschwünge, spontane globalen Taten, das gibt es so. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass Deutschland immer noch nicht sterben, wenn sie an dem Trauma des Dritten Reichs nicht sterben. Über Generationen hinweg ist alles, was auch nur von fern konservativ aussieht, irgendwie mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht. Vor einigen Tagen war ich sogar nach der Wahl von Deutschland. In Italien ein Artikel in der Welt zu lesen. Und die Tatsache, dass Millionen eben erklärt, dass sie eigentlich für Gott, die Familie und die Nation als typisch faschistisch betrachtet wurde. Ja, ich denke, dass eine Wende Deutschland zu einem eher konservativischen Verhalten und die nächsten Jahrzehnte. Das passt natürlich vielleicht auch zu den anderen Folgen vor Späteten Nationen. Das ist natürlich immer sehr, sehr große Vereinfachung, im Einzigen Fall vielleicht nicht immer zu treffen. Das ist natürlich immer sehr, sehr große Vereinfachung, im Einzigen Fall vielleicht nicht immer zu treffen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr. Und die Überhöhung auch von Gedanken wie Volk oder Rasse noch erheblich später als anderswo. auch, äh, 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 von raßablen. Und zu den Gedanken, äh, von einer liberalen Demokratie hat auch später einzug. Und deshalb könnte man vielleicht mit dieser Logik auch erwarten, dass eben auch eine Rückbesinnung von konservativen Werte später in Deutschland als in Italien, als in Italien, als in den anderen Ländern. Man sieht ja schon mittlerweile in vielen, eigentlich fast alle in vielen Ländern rund um Deutschland eine zunehmende Bedeutung des Konservatismus. Deutschland ist da eigentlich eine Ausnahme, was so diesen internationalen Konservatismus betrifft. In Deutschland gibt es ja auch im Gegensatz zu den anderen Ländern Kajber wirklich festgelegt. Die CDU und CSU ist absoluta links gerückt. Und wo die AfD steht, ideologisch ist, dass die meisten Mitglieder gut glaubt, dass die AfD in Ideologien ist. Und die AfD in der AfD ist sehr wichtig, weil sie unterschiedliche Bedeutungen sind. Und die AfD in der AfD beherrschte viele verschiedene Bedeutungen, die in der anderen Seite sind. Da trifft der E-of christliche Angegänze des Bestens auf den Atheismus in der Im DDR zusammen. Da trifft ein gewisser abendländischer Patriotismus zu mit nationalen Ressentiments, die weiter überlebt haben. Und da trifft natürlich auch eine eher eine soziale Lehre der Kirche, Angelegte soziale oder Wirtschaftspolitik zusammen mit ultraliberalen Vorstellungen. Und da trifft ein soziales Lehre der Kirche mit Ultralibern. Und deshalb ist es eben auch sehr, auch sehr, dass die Europapolitik, ist es ja so, dass wir auf der einen Seite in der AfD Leute finden, die ein konstruktiven Zugang zu der EU suche, bei Kritik in der Ökonomie. Und zwar so, weil mit der Politik in Europa sind also auf die Leute einfluss, die so viele, die sind sehr, 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 sehr. Aber in der anderen Leute die Radikal, die Dexit sind, die in Ausstieg von den Schuss, die in der Schweiz von der USA. Das ist eben auch so, dass die anderen europäischen Partei, die immer noch in die Europäischen Union sind, Und das ist natürlich auch etwas, was die gegenwärtige Entwicklung in Europa unglaublich bremst. Ich würde sagen, dass in Frankreich, in Italien, in Polen, sicherlich auch in England, dass in Italien für eine stabile, gesunde, konservative Runde besteht. In Deutschland aber, paradoxalerweise, noch nicht. Aber das ist, glaube ich, noch nicht abzusehen. Und inwieweit jetzt die kommende Wirtschaftskrise, die ja mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt, tatsächlich in Ordnung. Aber das ist, glaube ich, noch nicht abzusehen. Und inwieweit jetzt die kommende Wirtschaftskrise, die ja mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt, das ist völlig unsicher. Und in welcher Richtung dieses Umdenken führen wird der ziemlich präsenten Anti-Amerikanismus in den konservativen Millionen Deutschlands zu einem absoluten Ergangspunkt, zu einem absoluten Ergangspunkt, zu einem absoluten Ergangspunkt, zu einem absoluten Ergangspunkt, wird dieser auch typisch deutscher Eindruck von den Nachbarn immer und immer und immer irgendwie ausgebeutet zu werden, letztlich auch zu schwersten Ergangspunkt. Das ist schwer zu sagen. Ich denke, aber kurz bis mittelfristig wird sich in Deutschland geschehen. Also, Deutschland ist politisch sterilisiert. Politisch? Ja, sterilisiert. Aha. Ja. Ja, 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 ja. Ich freue mich auch für Sie nach Crowd1 Konflikt noch mal G門archien Ich freue mich auch, dass Sie nach einer Gruppefeanken immer wieder in Europa Da gibt es vielleicht die erste Frage, die wir jetzt vor den Themen übernommen haben. Das ist jetzt so eine spontane Frage. Das ist jetzt so eine spontane Frage. So war es, genau. Und wie gesagt, die Überraschung des Rufes begann mit einer größeren Frage. Und zwar das Zitat von Wellbeck. Und da würde mich erst mal interessieren, wie sich da der Kontakt ergeben hat zu Wellbeck. Und da würde mich sehr interessieren, wie sie mit der Kontakt er mit Wellbeck. Und ich finde es wahnsinnig interessant zu sehen, dass... Wenn ich mich nicht mehr so... ...da sehe, dass Wellbeck sich positiv ist, weil man nicht mehr so kann. Und ich sage, dass ich mich nicht mehr so... Ich sage, dass ich wieder so eine Art der Antichrist eine Art die behindert, was in den Mund legt. Und wo er mitnos, dass in den 90ern noch ein, was ein Art des Antichristen folgt. Und wo er, als an das Antichristen educatoren oder nur ein Antichristen folgt. Und wie war es natürlich so... Er weiß nicht, dass wir ihn ja sehen, was wir tun, dass wir die Hützerinnen machen, dass wir einen Ankleben machen können. Und so was auch an die Antichristen zu machen. Und in diesem Zusammenhang haben wir, dass wir hier eine Erfahrung haben, die Katolizismus in Polen sind. Und in dieser Stelle, in dieser Stelle, in dieser Stelle, ich möchte, wie war Ihr Liegen von Katolizismus in Polen ist. Und noch eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Betrifft das Amgente, der Aufnahmen bei YouTube, den Interviews, die Martin, die die geführt hat, was ist das für ein Amgente, wenn man sehe, ich denke, irgendwelche Schwerden, was diese Schwerden für eine Bedeutung haben. Also es geht um das Amgente, also es sieht aus wie eine Bibliothek, im Hintergrund sieht man Schwerden. Es geht um das die Bedeutung, die sich an den Bibliothek befinden, ob das Intervius geht. Okay, vielen Dank. Wir haben fünf Fragen, glaube ich, dass Sie zurhen. Also fünf Fragen. Also der Titel, was du tun ist vor allem an der Roman von Chernischewski, Also, die knieken, die Schwerden und die Zaglaten sind. Es geht also um den Roman von Chernischewski, wie das sie bemüht. Im Buch beschreibe ich ja auch, dass die Situation der heutigen Konservativen in gewisser Weise, wenn wir jetzt ein bisschen vereinfachen, an die Situation der Sozialisten in den 19. Jahrhundert. Und wir haben uns jetzt mal ein bisschen verabschiedet, aber wir haben die Situation der Sozialisten in den 19. Jahrhundert. Damals waren sie, heute sind es wir, die gewissermaßen in die Katakomben sitzen und zusammen integrieren, jetzt verfolgenzuladen, die in den Katakombien und die Intrigieren und in die kleine Autopien. Und wir haben auch ein bisschen eine Autopie, wie wir, wie wir, wie wir, wie wir, nicht jeden Tag, dass wir uns in den Dien zu tun haben, dass wir uns nicht einmal die Verwachen und die Verwachen und die Verlust und die Verwachen, und die Verwachen, die wir, die Verwachen, die in der Zeit, die Verwachen und die Verwachen, Die Tradition war ja auch der Lieblingsroman von denen, obwohl er kein Sprechner steht. Das war ja auch der Lieblingsroman von denen, obwohl er kein Sprechner steht. Das war sehr interessant, dass er einfach mal so weiter macht. Es war sehr interessant, dass er ihn verwendet hat. Was den Kontakt mit Wilberg betrifft? So kann ich ihn von die Sprechner-Gesellschaft, deren Direktor und Präsident ich bin. Wir hatten in 2018 den ersten Oswald Sprechner-Pris, und jetzt ist er Kontakt mit dem Jahr 2016. Wir haben ihn mit dem ersten Auswald Sprechner-Pris, und jetzt ist er Kontakt. Wir hatten dann auch einen ganz netten Abend vorgebracht, und dann kam die Diskussion noch auf der anderen Sprechner. Und die Originalform des Buchs war ja französisch geschrieben. Und dann kam eine brutale Reaktion, eben dieser Einladung. Und dann kam die Sprechner-Prisse. Und dann kam die Sprechner-Prisse. Die Diskussion ist ein wenig zu sagen. Das ist ein bisschen zu sagen. Das ist ein bisschen zu sagen. Das ist ein bisschen zu sagen. Ich denke aber, dass diese Feststellung von Wilberg durchaus betreut in zwei verschiedenen Häschen. Auf der einen Seite möchte Nietzsche natürlich provozieren. Und dann hat er die Sprechner-Prisse. Und dann hat er die Sprechner-Prisse. Und dann hat er die Sprechner-Prisse. Er hat ja immer schon ein ambivalentes, aber im Prinzip ein positives Spirit des Christus gehabt. Er hat immer eine solle, aber es ist eine solle, auch eine solle, aber auch eine solle, aber eine solle Begröße, eine solle Ausstellung, wie man sie, kann das nicht sagen, was man schulieren. Aber es ist auch völlig zugegängig, dass sie nicht solle, nicht solle, nicht solle, als Definitiv eine solle Überlegung in den Texten. Aber in den späteren Romanen, gerade in den letzten Jahren, wandelte er sich ja auch zurück zu einer Gesellschaft als dem, die Tour-Philosophischen Welt, und gerade Tour-Philosophischen ist natürlich ein Text, der ganz wichtig ist, dass Christentum die Möglichkeit einer Wiederbelebung des Christentums dreht. Und eigentlich um christliche Thematik die Möglichkeit einer Wiederbeburt für uns im Weltes Christentum. Mit einer zwar noch negativen Antwort, aber immerhin... mit einer sehr wichtigsten Figur, einer Evoluzion von nihilismus. Und von daher denke ich schon, dass wir auch in dieser Stimmung, also in diesem Roman, auch in dieser Zeitung, im privaten Gespräch hat er mir dann mal auch anvertraut, dass er zwar auf eine Wiederbeburt des Katholizismus nicht vertrauen würde, dass er aber sehr beeindruckt von der Orthodoxie im Wesentlichen sei, aufgrund seiner letzten Reise. Und er denkt, dass vielleicht eine Art der Orthodoxie wird, wenn man so will, dass Europa vielleicht dann eher aus dem Geist des Orte Orthodoxie stattfinden könnte, als des Katholizismus. Und ich weiß nicht, dass wir jetzt so einen Geist des Orthodoxen sprechen haben, Man sieht natürlich erste Verfalls-erscheinungen, aber es ist bei weitem nicht so weit fortgeschritten wie jetzt in Belgien oder in Frankreich. Das ist der eine Punkt, der andere Punkt. Das ist natürlich das große Erbe von Johannes Paulus II, der natürlich auch der Papst ist, der letztlich mit der faktischen Umsetzung des Zweiten Pfannstallus assoziiert. Das bedeutet, dass viele der, sagen wir mal, negativen Züge der Post-Vatikanischen Kirche stark mit ihrem Papst positiv assoziiert werden, deshalb nicht so ganz negativ gesehen werden. Und deswegen in Politik viele von ihren Post-Vatikanischen Bildern festivals nicht so sehr negativ sind. Die Vatikaner sagen, dass auch die Stremkraft dieses Vatikaners in Polen noch nicht so angekommen ist, weil sie oft die Veränderung der Vatikaner sagen, dass die Vatikaner Kraft, Und da gibt es nicht so viel vor allem, weil es der Fall ist. Der dritte Element ist natürlich eine sehr große Assoziation zwischen christlich-katholischem Glauben und christlichem Patriotismus. Das sind ja Elemente, die in Frankreich oder in Deutschland sich weitgehend haben. Das sind die Elemente, die in Frankreich und in Deutschland sehr viel zu verabschieden. Polnisch ist natürlich immer noch eine Insel des Katolizismus, und auch der Ortodoxie. Das ist natürlich immer noch eine sehr große Identität zwischen polnischem Glauben. Das ist natürlich auch etwas, was die Kirche stabilisiert. Weil ihr aus der Liebe zur eigenen Nation auch selbstständig neue Kräfte zu lassen. Und was jetzt das anekdotische zu meinem Arbeitszimmer betrifft. Und was jetzt das anekdotische zu meinem Arbeitszimmer betrifft. Da sind ja alle möglichen Antiquitäten, die ich von verschiedensten Zeiten geerbt habe. Ich habe dann irgendwann bei den Interviews aufgefallen, dass jeder Mensch jetzt diese sehr verschiedene Sachen, es gibt ja da aus 19. Jahrhundertsachen, die Tunesische, die Tunesische, die Tüdische, die Tüdische, die Tunesische. Ich habe mir aber irgendwann gedacht, dass allein schon als eine Art, sagen wir mal, oder wie es so viel machen, oder wie man es so braucht. . Die Tüdische, die Täpfchen, die Täpfchen oder die Täpfchen, die Täpfchen, die Täpfchen, wie man es so weiter ist, und in diesen Ansprungen Lotsam ben sued. Das ist etwas, was wir uns zu zeigen.